Bei den Automaten, bei den endlichen Automaten, hat man gesehen, das ist das Pendant zu den rechtsliniellen Grammatiken. Und genau so etwas Ähnliches gibt es hier auch. Und das stelle ich noch ganz kurz vor. Der Pushdown-Automat. Ich nehme noch mal diese beiden Sprachen. LA, die Sprache A hoch N. N aus, oder N größer 1, können wir von mir aus hinschreiben. Das war irgendwie, das ist in der Sprachklasse L3. Dann haben wir die Sprache gehabt, LAB. Das war die Sprache A hoch N, B hoch N. N größer 1. Dann haben wir gesehen, die ist in L2. Wir haben dazu eine kontextfreie Grammatik angegeben. Das Problem bei dieser Sprache, dass wir die nicht mit einem Automaten erkennen können, war ja, dass wir uns einfach nicht beliebig viele A's merken können, um dann zu überprüfen, ob die dann folgenden B's in ihrer Anzahl genau entsprechend sind. Das heißt, jetzt die nächste Sprachklasse oder die nächste Automatenklasse, die wir betrachten, das sind die sogenannten Pushdown-Automaten. Die zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein bisschen mehr Speicher haben. Nämlich unendlich viel Speicher, mehr oder weniger, im Vergleich zu den endlichen Automaten. Endliche Automaten, da besteht der Speicher aus endlich vielen Zuständen. Und bei den Pushdown-Automaten, da kommt jetzt ein Konzept dazu. Da haben wir einmal auch Speicher in Zuständen plus Speicher auf einem Stack oder auf einem Stapel Speicher. Idee ist die folgende, ach, die habe ich hier noch gar nicht drin. Idee ist die folgende, dass man jetzt, wir hatten das Automaten-Konzept. Da hatten wir irgendwie so ein Eingabeband gekennzeichnet. A, B, A, A. Wir machen das mal anders. Nehmen wir mal sowas hier. Wir haben ein Wort, viermal das A, viermal das B. So, das lesen wir. Dann haben wir auch wieder hier unsere Zustände. Und was jetzt so ein PDA zusätzlich hat, das ist quasi ein Stack. Den male ich mal hier unten drunter. Und der Automat ist jetzt in der Lage, ein Zeichen von der Eingabe zu lesen, ein Zeichen entweder vom Stack zu lesen oder zu schreiben und halt irgendwas mit den Zuständen zu machen. Also was der beispielsweise machen kann, der könnte jetzt sagen, na, ich lese mal dieses A hier. Ja, dann setze ich, und dann sozusagen der Übergangsschritt besteht dann darin, dass er das A beispielsweise hier unten drauf schreibt. Oder ich mache es mal so. Er schreibt ein Symbol Groß A hier drauf. Weil er hat hier ein eigenes Alphabet, kann er hier betrachten. Er schreibt ein Zeichen hier drauf. Geht dann mit seinem Zeiger hier mal eins weiter. Ist jetzt hier. Ändert irgendwie den Zustand. Aber der Zustand ist uns letztendlich egal. So, und er liest wieder ein A. Da können wir noch ein A hier draufschreiben. Der liest nochmal ein A. Da schreibt er nochmal ein A hier drauf. Liest noch ein A. Da schreibt er nochmal ein A da drauf. So, und jetzt kommt er an B. So, jetzt ändert er vielleicht irgendwie den Zustand. Jetzt ist er nicht mehr in der Lese- und Schreibphase. Ja, schreiben auf den Stack. Sondern jetzt ist er in einer Zweifach-Lesephase. Ja, er geht jetzt so vor, dass er sagt, so, ja, jetzt bin ich einmal bei den B angekommen. Ja, und für jedes B, was ich hier lese, schreibt er jetzt nichts hier drauf. Sondern löscht dann vom Stack. Also er kann dann immer nur aufs oberste Element zugreifen. Das heißt, das A liest er, das B liest er hier, dafür löscht er das oberste A. Und springt dann einen weiter. So, das B liest er und löscht dann wieder das oberste A. Ihr geht zum nächsten A, B über. Aha, B liest hier noch ein A. Auch das löscht er wieder. Und dann ist er beim letzten Zeichen angekommen. B liest das B. Ja, und dann erkennt er auch nochmal ein A. So, dann ist er beim Ende des Eingabebandes angekommen. Der Stack ist leer. Und dann könnt ihr sagen, oh ja, das ist eine gute Situation, da akzeptiere ich jetzt mal. Ja, also Idee von dem Pushdown-Automaten, der hat neben dem Eingabeband und der Übergangsfunktion oder eine Übergangsrelation hat er jetzt zusätzlich einen Speicher in Form eines Stacks. Der liest auch nach wie vor von links nach rechts, kann einmal da durchlaufen, kann nicht wieder zurücklaufen. Er kann auf dem Stack schreiben in jedem Verarbeitungsschritt. Er kann auf dem Stack was löschen, muss er nicht, kann er. Und wir werden später zwei Akzeptanzbegriffe haben. Nämlich, wenn der Keller leer und das Band leer ist oder das Band halt komplett, Eingabeband hier komplett verarbeitet. Oder der zweite Akzeptanzbegriff ist Endzustand erreicht oder finaler Zustand erreicht. Da sind beide äquivalent, das werden wir später nächste Woche sehen oder nächsten Mittwoch sehen. So, das ist die Idee des Pushdown-Automaten. Und was wir dann sehen werden, also das ist ein nicht-deterministisches Automatenkonzept. Und was wir sehen werden, ist, dass die, ich schreibe das mal so hin, dass die Menge der kontextfreien Grammatiken, dass sie entspricht der Sprachen, die durch Pushdown-Automaten verarbeitet werden können. So, und aufgrund der Tatsache, dass das ein nicht-deterministisches Automatenkonzept ist, können wir diese Automaten natürlich nicht verwenden, um das Wortproblem zu lösen. Ja, das ist hier schon mal vorweg. Wenn man die einschränkt, ich schreibe das mal so hin, die deterministischen Pushdown-Automaten kann ich auch machen. Ich kann sozusagen nicht nur das nicht-deterministische Automatenkonzept betrachten, wenn man die einschränkt gegenüber den nicht-deterministischen, dann ist die Sprachklasse echt kleiner. Ja, denn dieses Wortproblem, das kann ich immer nur mit einem deterministischen Konzept betrachten. Die werden wir uns gar nicht anschauen, die deterministischen, wir werden uns nur mit diesen hier beschäftigen. Ja, und um das Problem hier zu umgehen, ja, da hatte ich eben schon mal angeschrieben, das werden wir mit dem CYK-Algorithmus lösen. Ja, das heißt, da werden wir einen Algorithmus entwickeln, mit dem wir dann dieses Wortproblem auch entsprechend lösen können. Ja. 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 Ja.